Arthur Baerbeck, Kommandant der Feuerwehr A.O. Was haben Sie vorgefunden als Sie eingetroffen sind? Bei unserem Eintreffen war der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Massive Brandentwicklung, also im moberen Dach. Windrichtung war taleinwärts, was die Schwierigkeit vom Nachbarnbeck zu schützen mit sich gebracht hat. Im Einsatz waren die Feuerwehren Schröcken, Schopenau, A.O., Schnipfau, Millau, Bezau, Reute, die Drehleiter Handelspuch, das Rote Kreuzischt, auch im Einsatz mit mehreren Fahrzeugen und die Polizei. Wissen Sie, wie viele Mann heute im Einsatz waren? Ja, das ist schwer abzuschätzen. Ich denke, so circa 150 Mann waren im Einsatz. Zur Brandentwicklung, wo es ausgebrochen ist, kann ich nichts sagen. Wie schon gesagt, im Eintreffen war bereits der Dachstuhl im Vollbrand. Unsere Hauptaufgabe ist es, das Nachbarobjekt zu schützen und die fertig produzierten Teile, die vom Hof gestanden sind, das ist uns gelungen. Und der Bürotrakt immer noch geschützt und ist auch noch intakt. Aber die Halle selber haben wir also keine Chancen gekehrt sind hier. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020